Oh, willkommen zurück. Dann versuchen wir mal, ob wir den Appenkopf verkaufen können. Oh Gott, jetzt habe ich zwei Map-Sektionen. Die Möwe? Mhm. Ja, vermutlich. Ich habe nur keine Ahnung wie. Und wir brauchen noch irgendwas? Ich meine, wir haben auch noch die Musikbox. Ja, keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Vielleicht irgendwann einen Affen geben? Dann lass mal erstmal gucken bei der Möwe. Nochmal bei der Möwe. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Vielleicht müssen wir auch einfach demnächst wieder einen Hinweis nutzen. Ja, notfalls ist das halt so. Es ist zu hoch, um mich zu erreichen. Ah, ja. Es geht automatisch. Hm. Jetzt benutzen wir alles mit der Möwe. Wir können Geld nicht mal mit der Möwe benutzen. Ich kann das nicht schlafen, Vater. Das hatten wir schon, oder? Ja, natürlich. Ein Schlauchfester würde mich töten, wenn er mich mit einem Knopf wie so gesehen hat. Ich will das nicht schlafen. Wie? Keine Möwekolle nennen? Was für die Kette, was für die Hände, was für die Körper und was für die Möwe. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Es ist zu soggy. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist kein Käsepfecker. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke, Largo ist aus der Voodoo-Range. Ich glaube, ich sollte das nicht schlafen. Das scheint nicht zu funktionieren. Willst du den Vogel mit dem Buch erschlagen, oder was? Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beiget hat. Ups. Okay. Passiert auch an. Passiert nicht. Okay. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beiget hat. Noch ein Stock. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich will nicht das nicht schlafen. Ich glaube, dass ich das nicht schlafen sollte. Und ich will nicht schlafen. Sie sehen, wie er beiget hat. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beitzt. Äh, keine Ahnung. Er sieht, wie er beitzt. Hm. Hm. Ich will sie nicht alle und ich kann nicht sagen, welcher Herr Marley ist. So, auch so'n schöner Moment, so. Oh, jetzt können wir der Katze Milch geben, damit sie weg geht. Flop. Haben wir eh gerade die Katze mitgenommen? Hm. Ich muss irgendwann nach dem Grimtale-Stream gucken, den von Säen, wo die CD zerbricht. Hm. Okay, Dog. You're coming with me. Hm. Hm. Nein! Okay. Okay. Ja, da muss man auch erst mal drauf kommen. Was? Ja, so... So, warum geht das? Das ist so Ehre. Ja, wahrscheinlich fliegt die Möwe auch weg, wenn wir den Hund auf einmal... Wahrscheinlich fällt der und bringt uns das Ding... Ähm. Oh Gott. Ich hoffe, der springt nicht aus dem Fenster. Ja. Na, jetzt werden ja in diesem Spiel keine Tiere verletzt. Ja. Du sollst auch draufgehen, ne? Er schläft. Ey, dann haben wir eine echte Geschichte... ...die Hunde der Gouverneurin zu töten. Ja, Marlys Hunde und Skybrush da sind. Oh, what a cute little thing. Und das ist verrückt, aber es könnte einfach funktionieren. Hm. Hallo? Little Guybrush? Good boy! Run along home now! Na... 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 Das ist ein guter Hund. Das macht drei MAP-Pieße und nur eine zu gehen! Natürlich springt er aus dem Fenster. Ich dachte, er würde mit Kart aus dem Fenster springen und wir müssen hinterher. Nein. Ach Gott. Wir haben die Karte. Jetzt bauen wir nur noch das Stück von Fat Island. Und wir haben die Insel nicht verlassen. Das heißt, uns fehlt ein Zwischensequenz. Das, äh, da kann ich nichts für. Ja. Wer hätte auch gedacht, dass das mit dem Hund klappt? Wir hätten es machen können, bevor wir ihn da hingebracht haben. Ja, ist mir aber jetzt erst eingefallen. EGAL! Guckt das Let's Play von Gronke. Das haben Leute, die das hier gucken, eh schon geguckt. Wahrscheinlich schon. Fat Island. Und... Deep within LeChuck's Fortress, blah, 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 blah. Haha. Largo. Uh... You called for me? Is it true that Guidebrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well... I was trying to confirm that he really... Largo. You have been my trusted Henchman for many years. But I won't hesitate to drag your Entrails from behind my ship. If you do not bring me Ghybrush before he finds that treasure! Hm. Die Frage ist... Wo kriegen wir hier jetzt das letzte Mokatenstück her? Wahrscheinlich vom Wasserfall. Irgendwo. Ja. Hm. Schauen wir mal. Den müssen wir irgendwie ausstellen können. Ja. Ja. Ich frage mich, ob man irgendwie dann auch auf diese Insel rüberkommt, wenn wir den ausgestellt haben. Wahrscheinlich. Hm. What's this doing in a pirate game? Hm. Hm. Hm... Hm. 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 Wer sich vielleicht einfach in die Tasche schickt. Nein. Was ist das in einem Pirate-Gain? Ich habe mich verklickt. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, ich sollte das später noch schützen. Vielleicht kann ich Elaine empfehlen, wie weit ich spüren kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es für das gebraucht wurde. Ich glaube nicht, dass das sehr sportlich sein würde. Ich kann das nicht spüren, Vater. Sehr künstlerisch. Ich kann es nicht spüren. Ich kann es nicht spüren. Warum fährt der Typ mit seinem Schiff nicht einfach einmal rum und bringt uns dahin? Keine Ahnung. Das scheint, weil es zu einfach wäre. Ja. Gasse? Ja, sonst kommt man hier nirgendwo rein, ne? Nee, das ist dann nur noch Weg. Weg? Und da vorne war halt noch das Gefängnis. Aber sonst? Oder ist da noch irgendwas? Das sehen wir in ein paar Stunden. Das Gefängnis. Poster. Mhm. Und hier ist dann nur wieder der nächste Weg. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine Zange oder sowas. Ja, ich bin total überfragt. Vielleicht bei dem Typen im Haus? Typen? Bei dem Fetten. Achso, ja. Da können wir nochmal gucken. Vielleicht glaube ich, da war ja nicht mehr groß was. Mhm. Mhm. Und hier ist nichts. Nee, sonst ist nichts. Mhm. Hier kann man auch nicht hingehen, oder? Nee. Nee, dann geht man nicht. Kannst du mit der Couch was machen? Hm? Kannst du mit der Couch was machen? Nö, angucken. Nö, angucken. Nice. Nö, angucken. Nee, nö, angucken. Nein, angucken. Nee, nö, angucken. Nö, angucken. Mhm. Mhm. Wo hängt ich schon eine ziemlich schöne Hände? Hm. Ja, die Leute da sind irgendwie alle komisch. Ja. Hm. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht nochmal zu dem Zimmermann? Stimmt, vielleicht hat er auch nichts an. Hm. So, nichts? Where do you want to go? Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Nee. Nee. Hm. Zu dem Kartentypen müssen wir wahrscheinlich erst, wenn wir alle Teile haben. Dass der uns sagen kann, wo das ist. Hallo. Was ist das? Eine Kappe? Hm. Sieht aus wie nur ein Teil einer Kappe. Ich habe noch mehr Pfeifen hier. Hm. Hm. Aber eine kritische Partie ist noch falsch. Komm zurück, wenn du das Ganze hast. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Hm. Hab ich mir gedacht. Die brauchen eine Rohrzange. Die brauchen eine Rohrzange. Ja. Eigentlich schon. Da ist glaube ich keine Rohrzange. Aber. Weiß er nicht. Hm. Aber, nein. Hm. Hm. Er hat sein Krokodil nie wieder gefunden. Hm. Das war ein Alligator, oder? Ja. Kann man. Oh. Hier scheint auch nichts zu sein. Wahrscheinlich eher nicht. Hm. Müssen wir langsam einen Tipp nehmen. Ja. Wir gehen nochmal dahin. Vielleicht haben die Typen ja was. Ja. Wenn die mit uns reden. Ja. Hey, Leute. Okay. Hm. Tipp? Tipp. Okay. Käpt'n Obvious. Danke. Wussten wir noch nicht. Ja. Das weiß ich auch, dass man das da findet. Ja. Ich muss noch nicht da hinkommen. Warte. Hm. 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 Ja. Wir haben immer noch kein Fett um den Ofen aufzukriegen. Ach. Stand. Ja. Könnt's mit den Drinks probieren. Hm. 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 Mit dem Regler sowieso nicht. Hm. Mit dem Regler sowieso nicht. There is something written underneath. It says, remember to turn off. It's stuck shut with old grease and pork fat. That doesn't seem to work. I think I should save this for later. Maybe I can impress Elaine with how far I can spit. I don't think I should hammer that. Okay, another tip. Yes, I know. Thank you, yes. Is this the only one? Yes, but we don't get there. Where are we going? I want to know. Where are we going? No. The thing is, you come through a tunnel. And I think the tunnel was behind the waterfall. That would have to make sense. And I think we must have the waterfall. But how? That's how it says it's not. Do not know. And I think we should have seen that. And Ahh, I think it's a tunnel. I've seen it. äh, lukrativer. Ja. Da muss man aber erst mal hinkommen, ne? Hm. Bark wieder, Mr. Threepwood. So, das Voodoo-Doll. Ja, es hat ziemlich gut funktioniert, nicht wahr? Ich habe immer noch den Tatsch. Okay. Well, das ist genug Voodoo für mich. Bye. So be it. Hm. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich glaube, wir können auch gleich schon wieder die Folge enden, oder? Ja. Gibt es nicht wirklich, was passiert, oder? Ja, passiert halt, ne? Wir können nicht irgendwie separat zu der Insel einfach fahren, oder? Ja, aber vielleicht kriegt man bei dem Typen noch irgendwas. Ja, aber vielleicht kriegt man bei dem Typen noch irgendwas. Genau. Nee, wir haben ja alles gut gefunden. Ich würde den Papa gehen. Ich würde den Papa gehen. Ich würde den Papa gehen. Ich würde den Papa pengen. Okay. 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 Das hab ich grad gedacht. Ja. Und? Kann man die Schreife wieder mitnehmen? Nimm wir auch noch mit. Die Kanone werden wir nicht. Wir täten in der Augenklappe. Dann... Wahrscheinlich ist die voll... Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, ich Idiot. So genau hab ich auch nicht drauf geguckt. Dann... Aber ich schätze mal, wir wenden hier jetzt auf meine Folge. Wenn es jetzt eine kürzere Folge war, tut uns leid. In der nächsten Folge kriegen wir bestimmt das nächste Kartenstück. Oder auch nicht. Das letzte. Ja. Bis dann. Wenn ich jetzt noch wüsste, welchen der Knopf. Bis dann. Tschüss. Ciao.